Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 18. Januar 2022. Dir wird die Geek Talk Daily 1152 heute mit den folgenden Themen. Raketenabwehr, Apple Car Key, 10 Milliarden BP und Hasselblatt. Ich beginne gleich mit, was war das nochmals? Raketenabwehr. Auch das kann ein Gadget sein, wenn man dann ganz grosszügig irgendwie, nein, eigentlich nicht. Aber ich fand es so verrückt, weil ja doch das eine oder andere oder sogar sehr viele Pakete in meine Richtung über FedEx ankommen. Die Flugzeuge und anscheinend, wie man eben durch diese Einreichung von FedEx bei der FAA bemerkt hat, ist nicht das einzige Unternehmen, möchten nämlich Raketenabschussanlagen oder Raketenabwehranlagen an ihren Flugzeugen montiert haben, Wissen mit Lasersystem, sodass man Wärmelenkraketen oder generell Raketen mit einem gezielten Laserschuss abfeuern oder detonieren lassen kann, sodass dem Flugzeug nichts passiert. Was hat das für einen Hintergrund? Und anscheinend gibt es doch einige Regionen, die eben FedEx und auch andere solche Unternehmungen, die Transporte verursachen oder begleiten oder für euch durchführen, über Gegenden fahren, wo das eben mal passieren kann, dass auch normale Flugzeuge, zivile Flugzeuge in dem Sinn und keine Militärflugzeuge abgeschossen werden. Und genau deshalb möchte man sich geschützt wissen. Übrigens, FedEx tut das seit 2019, möchte man nämlich in ihren Airbus-Modellen A323-200 solche Systeme mit integriert haben. Ich bin ja mal gespannt, wann das erste solche Flugzeug dann auch wirklich über unseren Köpfen rumschwirrt und wie das Ganze funktionieren will, soll und oder tut. Apple Car Key war etwas, was ich mit Freuden gesehen habe. Damals, als Apple es vorgestellt hat, in der Apple Wallet eben nicht nur die Kreditkarten mit drin zu haben und Tickets für Flugzeuge, für Bahnreisen, für alles mögliche andere, mittlerweile auch für Konzerte und so weiter, Hotelschlüssel, eben auch Autoschlüssel zu hinterlegen. Gestartet hat das Ganze sehr verhalten und langsam. Da hat sich BMW als erstes Unternehmen da wahrscheinlich auch die Spitzenoption gesichert und deren Auslieferung geht nicht ganz so schnell, wie man möchte. Es sind erst wenige BMWs draussen, einige sollen jetzt dann in diesem Jahr noch folgen. Wir werden sehen, ob es so kommt. Was jetzt aber auch kommt, ein zweiter Autohersteller, nämlich Hyundai. Und wenn man jetzt ein bisschen zurückblättert im Kalender, in der Gerüchteküche herumguselt, dann hat man sicherlich eine kleine Übereinschneidung gefunden. Denn in letzter Zeit war immer wieder mal die Meldung, dass Apple und Hyundai sich treffen, also Manager von beiden Firmen in beiden Ländern, also da, wo Hyundai herkommt und da, wo Apple herkommt und so weiter und so fort. Man hat immer auf das Apple Car und so weiter spekuliert. Das könnte auch ganz einfach sein, dass Apple Car Key kommen wird und oder vielleicht auch andere Gründe, aber da möchte ich jetzt, wie gesagt, aus Gerüchteküchetechnischen Gründen nicht darauf eingehen. Genau, wohin wollte ich? Ab Sommer diesen Jahres sollen die ersten Modelle von Hyundai auch mit Apple Car Key ausgestattet werden. Was sind das? Das sind die Genesis-Modelle, die vor allem von dem Ganzen profitieren können. Ich bin ja mal ganz gespannt. Weiter geht's mit YouTube. Da gab es mal einen Song, der nannte sich Gangnam Style. Die Jüngeren kennen den wahrscheinlich gar nicht mehr. Die etwas Reiferen dann doch. Der war ganz lange die Top-Anlaufstelle mit dem am meistgespielten und am vielfach wiedergebsten, genau, superdeutsch wieder, YouTube-Clips. Das wurde dann aber nach circa fünf Jahren abgelöst von verschiedenen anderen, die ich jetzt nicht, Wiz Khalifa mit Belaide You See Again und was war das genau? Genau, Despacito hat das Ganze dann auch noch befeuert. Dankeschön an meine Töchter an der Stelle, die haben da mitgeholfen. Seit aber jetzt knapp zweieinhalb Jahren ist ganz klar auf der ersten Stelle, wer Neues. Und zwar ein Lied, das zwei Minuten und 16 Sekunden lang ist. Oder wie der Artikel, den ich hier verlinkt habe, heisst, eine zwei Minuten, 16 Sekunden musikalische Folter. Er wurde nämlich genau 10031146684 oder eben 10.300.000 ganz viele Male wiedergegeben. Die genaue Zahl könnt ihr euch auf deli.diktok.ch verlinkt, anklicken. Mein Gott, heute geht ja auch gar nichts. Und oder im Podcatcher eures Vertrauens zu Gemüte führen. Und was ist der Song? Baby Shark Dance. Ah, ich habe wieder Kopfkino irgendwie. Oder wie heisst das? Ohrwurm. Genau, das war es. Weiter geht es mit BP. Und die meinen, dass sie ab dem Jahre 2025 mit Stromzufuhr mehr verdienen werden als mit Erdölzufuhr, also Benzinzufuhr. Aktuell hat man 70.000 Ladestationen. Das möchte man ausbauen. Ne, umgekehrt. Man möchte es ausbauen bis im Jahre 2030 auf 70.000 Ladestationen. Aktuell sind es 11.000. Jetzt sprechen wir über England, da wo BP herkommt. Weltweit soll es sogar auf 500.000 Ladestationen hochgestückt bekommen. Das möchten auch andere Firmen, wie zum Beispiel Shell und weitere solche Erdölkonglomerate Firmen. Die möchten auch auf den Hype oder auf die Zukunft aufspringen. Man hat ja schon gesehen, Lidl und andere Verkaufszonen haben ja auch schon ihre Tankstellen vor Ort auf den Parkplätzen. Bei Shell ist der Unterschied, da hat man auch langsame Ladestationen. Bei BP geht es ein bisschen anders an. Bei denen geht es vor allem den Fokus auf die schnelle Ladetechnik. Also man möchte schnell die Kunden auch wieder loswerden. Und natürlich entsprechend viel Geld dafür bekommen. Zu guter Letzt gibt es noch quasi einen kleinen Nachtrag zu der News von gestern oder zum Gerücht von gestern. Und dann lassen wir das, glaube ich, wieder mal für ein Weilchen mit den Gerüchten. Das OPPO Find X5 Pro, was irgendwann diesen Frühling kommen wird, soll jetzt auch sogar noch eine Kooperation mit Hasselblatt eingehen. Und oder vielleicht so zumindest die Gerüchte und das neueste Bild, was man davon gesehen hat. Dabei ist dann aber der Kamerabump nicht mehr so abgeschrägt. Also wir werden sehen, was davon genau dann schlussendlich eintreffen wird. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn alles klappt, hören wir uns bald schon wieder. In diesem Sinne, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.